Hallo und herzlich willkommen zum Shakes and Fidget Krieger- und Kundschafterprojekt von Server 16 und Server 4. Ja, tatsächlich, das gibt es auch noch, weil jetzt, ich glaube, volle drei Wochen nichts kam. Ja, es gibt es noch, ich habe es nur verkackt beim letzten Mal, also ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, ja, weil ich halt gesagt habe, ich mache es nur noch alle zwei Wochen und es hat halt auch niemand mehr was drüber geschrieben. Deswegen habe ich es in diesen zwei Wochen dann komplett vergessen, weil zwei Wochen ist schon eine lange Zeit in Shakes and Fidget. Und ich hatte dann auch das S30-Projekt, deswegen habe ich das jetzt total verschlampt. Und ich bin auch auf dem falschen Server, sehe ich gerade. Das war gar nicht S16. Hups. Egal, hier fangen wir immer an. Stufe 110, also es hat sich einiges getan in den letzten drei Wochen. Und ich muss jetzt sagen, ich habe den Plan jetzt geändert, beziehungsweise möchte den Plan ändern. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte mit dem Kundschafter Dreamscapes alten Rekord von Server 2 brechen, seinen Dungeon-Rekord mit dem Kundschafter. Mache ich jetzt wahrscheinlich doch nicht. Warum? Und zwar will ich ja, also habe ich ja schon das, dieses Projekt, was ich jetzt mit dem Krieger vorhabe, mit 150, 90 Dungeons am Stück zu machen, habe ich ja mit Magier schon gemacht. Und ich finde es halt geil, wenn ich es wirklich von allen drei Klassen gemacht hätte, weil das wäre jetzt so vollständig. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hast du einmal mit dem angefangen, mit dem anderen, mit dem Kundschafter. Und ich meine, jetzt das noch einen neuen zu machen, dauert wieder 100 Jahre, bis der dann 150 ist. Deswegen will ich den anderen einfach weiterzocken, weil der ist ja jetzt schon fast Stufe 50. Dem fehlt er jetzt nicht mehr so ultra viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das Projekt einfach komplett. Den Dungeon-Rekord breche ich dann, ja, vielleicht mal mit einem 300 Adocha oder so. Aber auf jeden Fall nicht dieses Jahr und auch nicht in nächster Zeit, wenn ich es überhaupt mal mache. Also wahrscheinlich mache ich es überhaupt nicht, aber jetzt erst mal auf jeden Fall nicht. Also vielleicht schon, wahrscheinlich nicht, aber naja, mal gucken. Mal schauen. Also wie gesagt, Stufe 110, Aura, habe ich jetzt selbst gerade gar keinen Überblick. Ich habe es nicht täglich gemacht, da sieht man auch. Aber Aura 3 ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, ich habe ja immerhin kein einziges Epic reingeworfen, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so schlecht. Ja, ich habe es einige Male verkackt, aber ich glaube jetzt von 21 Mal habe ich es 15 Mal gemacht ungefähr. Also nur eine Woche mal insgesamt dann nicht gemacht. Und das hier habe ich sogar aus der Toilette gezogen, dieses Epic. Die Schuhe könnte ich eigentlich in die Toilette werfen, die sind nämlich ultra schlecht. Schauen, haben wir denn was Gutes da? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, Intelligenz, ja, ganz geil. Typisch Shakes and Fidget. Und auch keine neue Waffe. Ist so eine Schweinerei, ich schaue hier so selten in den Laden. Wenn ich mal reinschaue, dann ist sowieso nichts da. Ja, wobei der Helm, der geht noch. Wäu ich denn den her? What? Wäu ich denn? Lol, okay. Ja, okay, ich habe einen Helm, okay. Weil der Char, wie ihr seht, ich habe den immer nur sehr, sehr nebenbei gespielt. Nicht mich wirklich drum gekümmert, aber ich meine, es ist ja auch ein Projekt Char, kein richtiger Char. Den werde ich ja dann auch nicht mehr spielen, wenn er 150 ist, wenn wir die Dungeons gemacht haben. Ja. Genau, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Mehr gibt es hier gar nicht zu erzählen, deswegen springen wir mal kurz zu S4. S4, wie gesagt, fast Stufe 50, Stufe 47 sind wir jetzt, die Miezekatze läuft aus, dann machen wir die mal neu. Mittlerweile 120 Pilze, keinen einzigen gekauft, also richtig krass eigentlich. So viel werden wir nicht mal ansatzweise für das Projekt brauchen. Also ich habe es ja schon mal gemacht, Magier unterscheidet sich nicht großartig von Kundschafter und Krieger. Von daher, man braucht eigentlich nicht mehr als 90 Pilze, es sei denn, man macht dann auch noch weiter. Oder eventuell beim Spiegelbild braucht man vielleicht noch den einen oder anderen mehr, weil da kann es ja sein, dass das Spiegelbild trotzdem gewinnt. Hat er die gleichen Stats. Und die Mordmaschine ist, glaube ich, auch noch ein bisschen hartnäckig, aber ich glaube maximal 2-3 Pilze. Also man braucht so im Schnitt 95-100 maximal. Wenn man dann noch weitermachen will, sollte man noch 20-30 mehr haben. Und genau, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sagen. Also hier habe ich erstaunlicherweise das Equip recht aktuell gehalten. Man muss aber auch dazu sagen, weil sich jetzt die Werte anschaut, die Sachen im Laden sind genauso gut wie die Sachen, die ich teilweise auch schon seit jetzt fast 3 Wochen oder so trage. Das Einzige, was schlecht ist, ist eigentlich dieses Extra und der Bogen könnte mittlerweile auch schon wieder über 150 Wert haben. Von daher ist es jetzt hier auch nicht das beste Equip, aber... Jo, geht auf jeden Fall. Problem jetzt bei der Sache ist, ich habe ja jetzt hier eine reine Gold-Gilde. Also hier ist ja nur Gold-Shots auf 50% ausgebaut, Erfahrung gar nicht und ja gut, Festung auch nicht. Ein bisschen Gold habe ich noch reingespendet für den ersten Raid, aber ich meine, da habe ich mir gedacht, ja, was machst du dann, wenn du 100 bist? Erstens lohnt es sich nicht, weil unter 100 schafft man den Raid alleine sowieso nicht. Wahrscheinlich nicht mal mit 100, ja, wobei er es kundschaftet wahrscheinlich schon. Aber erstens das und zweitens, jetzt lohnt sich das Gold ja eh noch nicht zu spenden. Ich meine, da liegt es auch nur dumm rum. Also dann lieber auf Level 110, 20, 30 dann das Gold sparen und dann spenden für den Raid. Und ja, genau. Dann mein... Oh, wobei, der ist ziemlich... Ja, genau, perfekt. Perfekt, ne, Gold-Quest. So. Dann ist mein Fan inaktiv geworden. Wahrscheinlich, weil ich das Projekt nicht mehr gemacht habe. Ne, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der... Also er war im Urlaub, aber eigentlich ist er wieder zurückgekommen. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch keine Lust mehr. Ich meine, ja, es ist halt nur auf Gold spielen, es ist halt schon stinklangweilig, ne? Ich muss jetzt auch sagen, langsam macht es auch ehrlich gesagt keinen Spaß mehr im Sinne von, man hat dann ultra viel Gold und fast geht das die ganze Zeit. Sondern jetzt ist es so, ich spiele 100 Alu an einem Tag und bekomme dafür 3000 Gold. Dafür kann ich genau einmal geschickst gehen und dann ist Feierabend. Das ist ein bisschen blöd. Da macht das jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß. Ich meine, ich habe schon 1750 Arbeitsstunden und der ist noch nicht mal Stufe 50. Also ich finde halt, ich habe es ein bisschen übertrieben, glaube ich, weil ich level viel zu langsam. Also ich habe mir jetzt schon ein paar Mal überlegt, ob ich nicht doch den Goldschatz auf 50% nachziehe. Bisher habe ich Stand gehalten, aber ich schaffe halt echt in einer Woche eine Stufe. Mit Stufe 50, mit Stufe 47. Stell dir mal vor, was da los ist, wenn ich Stufe 130 bin. Da brauche ich Monate für eine Stufe. Deswegen habe ich mir überlegt, eventuell entweder die Gilde wächst hin oder halt Goldschatz auf 50 nachziehen. Das kostet ja nichts, da reicht das Gold, was in der Gilde ist, fast aus für. Also kostet so ungefähr 20.000, 30.000. Das ist eigentlich ziemlich billig. Aber ja, noch habe ich mich nicht dazu entschlossen. Ich werde dir mal überlegen, weil es dauert viel zu lange hier. Ich meine, wenn man sich mal die Sachen anschaut. Der hier hat gerade mal 400 Arbeitsstunden mehr und gerade mal 500 Abenteuer mehr. Und das ist fast, ja, fast dreimal so hoch wie der, Kundschafter. Und das ist schon krass, weil ich meine, dieses Projekt hier wird auch noch eine Weile dauern. Also vor Ende Oktober ganz sicher nicht und wahrscheinlich nicht mal dann. Also irgendwann Mitte bis Ende November, schätze ich es jetzt mal, wird 150 dann erreicht werden. Ja, doch mit, ja, Ende Oktober, äh, Ende November ist das ein durchaus machbares Ziel. Also dann nicht mal mehr ganz, äh, so in zwei Monaten ungefähr. Und in zwei Monaten ist der halt hier Stufe 70. Deswegen eventuell werde ich mal schauen, ob mich da irgendeine Gilde nimmt, die eventuell trotzdem mehr Goldschatz hat als Erfahrung. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht in den Top 100. Aber ich weiß nicht, vielleicht weiß es hier jemand von euch. Wäre auf jeden Fall cool. Also eine Gilde, wo sehr viel mehr Goldschatz hat als Erfahrung. Wenn es sowas nicht gibt, dann gehe ich halt einfach in irgendeine Gilde. Oder baue halt hier den Lehrmeister auf 50% aus. Eventuell könnt ihr mir da was raten. Ich bin da recht unschlüssig. Gewonnene Kämpfe natürlich auch so gut wie keine. Wenn ich angegriffen wurde, was so gut wie nie passiert, weil hier jeder inaktiv ist, habe ich verloren. Weil sie einfach stufenmäßig so viel höher waren, dass die Waffenspanne einen ultra krassen Unterschied gemacht hat. Dass die Rüstung einen ultra krassen Unterschied gemacht hat. Oder dass die einfach von Haus aus, obwohl ich mehr Ausdauer hatte, mehr Leben haben. Ich meine, Moment, ich habe 500. Der hat 670, aber etwas ist doppelte an Leben, obwohl er nur 170 Ausdauer mehr hat. Und 170 Ausdauer sind, keine Ahnung, 10.000, der hat trotzdem 110.000 Leben mehr. Also, man kann da jetzt so einen Kampf eigentlich nicht gewinnen. Nicht mal, wenn man jetzt Top-Tränke hätte. Und eventuell sogar Full-Epic-Ware könnte man wahrscheinlich nicht gewinnen. Zumindest nicht gegen Kundschaft. Gegen Krieger wahrscheinlich, weil man so oft ausweicht, gegen Magier und Kundschaft, auf keinen Fall. Weil man einfach nicht genug Schaden macht, weil die Gegner zu viel Schaden machen. Weil man halt einfach von der Stufe her keine Chance hat. Ich meine, die Waffenspanne 74 bis 130, der andere hatte eine Durchschnittsspanne 160 und es ging was irgendwas, 250. Also, da hat man keine Chance hier, wenn man so unterlevelt ist, im Endeffekt. Weil das Level trotzdem sehr viel ausmacht im Spiel. Nicht alles, aber viel. Und deswegen, ja. Ist das nicht ganz so gut mit den Kämpfen? Habe ich meinen, Kämpfe geben Erfahrung. Von daher, sind sie eh nicht so gut. Ne. Würde schon ein paar mehr machen, aber ich meine, ich verliere sowieso nur, das lasse ich es lieber. Genau. Und dann verscreen wir hier noch ein bisschen die Kohle. Habe ich wieder einiges angespart. Mal alles auf Stärke machen. Was anderes lohnt sich eigentlich gar nicht. Ein bisschen Ausdauer vielleicht noch. So. So. Und noch ein bisschen Glück. Auf 18% wieder. Noch ein bisschen Ausdauer. Und den Rest auf Stärke. So. Ja, wie gesagt, also der hier wird es dann demnächst machen, weil die Gede ja trotzdem ziemlich gut ausgebaut ist. Ich meine, voll ausgebaut halt, aber auch Raid-mäßig 25 Stück. Also hier habe ich halt 190%, ne 200%, oder? Ne. Ne, 150%. 150%, ja genau. Ja, ich wollte, habe jetzt irgendwie Raids auf den Erfahrungsbonus, der steht, gerechnet. Aber das ist ja schon der mit Raids, ja. Genau. Ja, sind denn Raids auch noch ziemlich gut. Also hier habe ich halt 100% Goldschutz, aber auch 150% mehr Erfahrung als bei dem anderen. Und ich hätte es eigentlich am liebsten, die Gede Goldschutz komplett ausgebaut und eine mit 45 Raids ohne Lehrmeister. Oder Lehrmeister nur, bis das ein PC kostet oder so. Das wäre geil, aber würde es wahrscheinlich nicht geben. Dann. Veiko hat eine Nachricht geschrieben. Bring mal bitte mehr vom Krieger-Projekt. Allein schon deswegen, also er hat mich nochmal daran erinnert, aber ich hätte es heute tatsächlich sowieso gemacht. Also ich habe dran gedacht, keine Sorge. Weil ich es ja letzte Woche schon verkackt hatte. Ich habe es erst am Freitag oder so gemerkt. Moment mal, so ein Krieger-Projekt. Und ja, genau. Also er hätte es mich nicht dran erinnern müssen. Ich hätte wahrscheinlich dran gedacht. Und kapiere das in deiner Beschreibung nicht. Finde ich etwas scheiße. Weiß jetzt nicht, was du meinst. Entweder das in meiner Beschreibung oder dass du es scheiße findest, dass du es nicht kapierst. In meiner Beschreibung steht das hier auf 1-Servern. Und wen es interessiert, der kann sich mal das Lied hier anhören. In extremo Lebensbeichte. Und wenn man es sich die ersten 1 Minute anhört, dann wird man schnell darauf kommen, dass das davon der Liedtext ist. Also das hier ist sozusagen der Refrain. Für alle, die es interessiert, die Band ist Mittelalter-Metal-Rock-orientiert. Seit 1995. Also die Band ist älter als ich. Und die haben beispielsweise, also die sind ziemlich berühmt eigentlich sogar. Also wundert mich tatsächlich, dass es so viele Leute nicht kennen, den Spruch. Weil die haben beispielsweise auf Facebook über 360.000 Likes oder so. Also die sind wirklich ziemlich bekannt. Also nicht so eine kleine Nebengruppe, sondern wirklich eigentlich richtig berühmt. Und ja, genau da ist es eben der Refrain aus einem der Lieder. Und warum die so bekannt sind, ein Hauptgrund ist meines Erachtens nach, dass die in Gothic die Musik gemacht haben. Also teilweise haben die da tatsächlich Musik für geschrieben, für das Spiel Gothic. Und das Spiel Gothic ist ja auch ziemlich bekannt. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es Gothic 1 oder 2 war. Aber ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall waren sie da vorhanden. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mitgeholfen. Naja. Genau, das zu der Hintergrundgeschichte. Ich weiß, das Lied wird sehr wenigen Leuten nur gefallen. Das ist sehr spezieller Geschmack, würde ich mal sagen. Aber nur dieses Lied persönlich finde ich eigentlich auch gut. Also die meisten anderen Lieder mag ich jetzt gar nicht von denen. Also ich mag halt nicht alles. Aber das Lied irgendwie schon. Vor allem den Text halt. Genau, dann macht's gut, Leute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. .